Lalalala 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 So, Freunde, willkommen zurück und ja, ich muss mal da rüber auf die andere Seite und ich kann immer noch nicht rennen Man fragt sich so, wofür der Flash da ist, ne? Ja, siehst du? Putsig So Aufgabenfeinder, ne? Jetzt müssen wir erstmal gucken, ja So, jetzt reden wir erstmal mit dem Chinesen hier Du musst wissen, wann du angreifen und wann du ausweichen musst Ich bring's dir bei Yo, mach mal Jetzt rette erstmal dich selber hier Weiche aus, indem du dir in der richtigen Reihenfolge Okay War doch einfach Oh, achso, ich muss da ausweichen, okay Tja, ganz gediegen, ganz gediegen So, der hat doch bestimmt jetzt wieder eine Aufgabe für mich hier, siehst du? Du bist schnell Du bist schnell, mein Sohn Nutze deine Schnelligkeit, um diese Omnidroiden zu besiegen Ach Ach, muss ich dann erst lernen, oder was, schnell zu laufen? So Ja, sicher Ich muss dann erst lernen Ey, oah Dann muss ich da bestimmt mit der Violetta Ne, wie heißt die nochmal? Violetta, ja sicher Ja, alles klar Ja, super, jetzt kann ich auch rennen Ha Ja, vor allem, das muss man auch wissen Ja, aber das, ähm Kann man auch nur wissen, wenn man Das die ganze Zeit spielt Und, ja Ich wechselte mich ja immer mit den Welten ab Und, äh Ach, ist auch egal Ja, ich Ich bin einfach, manchmal bin ich einfach ein Trottel So, jetzt will ich Unsichtbarkeit wer Unsichtbarkeit sein Unsichtbarkeit sein Unsichtbar sein, möchte ich jetzt Was für ein seltsamer Tag Yes, ich mach mich jetzt unsichtbar Dö, 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 dö Jawohl, super, der sieht mich nicht Guck mal Jetzt von hinten, zack, zack, zack Ich denke, das reicht für heute Woll Alles klar Sehr gut, ich weiß Bescheid Nü, ja, Bauer So, ähm Machen wir auch direkt Nicht mit ihm weiter Wir wollen ja hier ein paar Aufgaben haben Fragen wir nochmal den Polizisten, was er von sich tun hat Ach, ja Ihr Hauptquartier wartet ein Superheld Im, ach so Im Hauptquartier wartet ein Superheld Darauf, jemandem helfen zu können Heure ihn an Ja, jetzt bin ich ja mal gespannt Was ist er denn für einer? Super Rekrut Habe ich das schon gemacht? Jetzt sind sie ja wieder da Ei, 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 ei Ja, okay Ich mache aber auch direkt mal hier noch eine Oh je, dein Superheldenanzug ist ja sowas von letzte Saison Aber wie soll ich ohne Atelier ein neues Meisterwerk für dich kreieren? Du musst eins für mich finden, darling Habe ich das schon gekriegt? Ich baue es dir, ich baue es dir Wo ist es denn? Wo ist es denn? Etna, hier Deine Werkstatt Ich baue sie dir jetzt so ganz gediegen Guck mal Super So, ja In der Zeit, wo das am Bauen ist, Freunde Mach ich mich auf den Weg wieder Die Pflanzen da hinten zu zerstören Deswegen Spielzeuge Autorannier Ne, wisst ihr was? Ich kann doch jetzt rennen hier Zack Ich bin doch der Flash So, und jetzt ab der Fisch Durch der Danier da Geh mir nochmal einen Ritt Stopp Habe ich schon aufgemacht Darling, bei diesem Anzug habe ich mich selbst übertroffen Schade, dass ich nicht dabei sein kann Wenn Syndrom seine Notpunkt-Energie an dir ausprobiert Aber auf mich warten andere Missionen Kann man nichts machen Boah, ist der geflogen Boah Ich bin viel zu schnell hier für die Kamera So, ab der Fisch jetzt hier Zack, 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 zack Weiter, weiter, weiter Gib ihm richtig, was er braucht Hier, den Roboter jetzt Wie kommen wir denn da jetzt hoch? Ach, da vorne Ach, der hilft mir da Dieser Super-Recruite Habt ihr gesehen? Ja, guckt mal Der greift die anderen an Cool Ja, falsch Zack Jetzt könnt ihr laufen da Euer Gehupe Eins von fünf erst Oh mein Gott So, weiter geht's jetzt hier Renn mal da Boah Super jetzt Rann an den Feind Hier brauche ich doch die Hab ich doch Violetta Zack Mal schnell dir was für die Toybox ranholen Ne, ist doch Die ist wichtig, Freunde Die Toybox ist wichtig Unsichtbarkeitsgerät Mit dem Unsichtbarkeitsgerät kannst du die Wie Violetta vor den Augen deiner Gegner verschwinden Ja, das ist doch cool, oder nicht? Das ist Hammer Zack 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 Und jetzt siehst du mich nicht, ne? Zack 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 So, jetzt muss ich mal hier hoch schnell Jetzt brennt es hier auch noch Aber ich hab ja hier den Wassertank Jetzt muss ich auf die andere Seite hoch Und wie komm ich da hoch? Das weiß das Spiel glaube ich selber nicht Jetzt mal ohne Flachs, Freunde Wir kommen hier nicht auf die andere Seite Da, die Pflanze geht doch da hoch Nein, derا竟 να tut Now Oh, wir müssen dasẻ equally Remember Alter, du sollst auch nicht die Wand beschießen, du sollst ja nicht Freunde, ich hab überhaupt keinen Plan, ne? Wie ich da oben hochkomme Ich steh sowas von auf dem Schlauch Ne, gibt's ja gar nicht Was ist hier los, ey? Was ist das denn? Okay Das sind so Superhelden, sieht das aus Die ich befreien muss Die ich hier so finde Krass 30 Stück gibt das Jo, und wie komm ich da jetzt hin? Jetzt mal ehrlich Guckt euch das an Da komm ich auch gar nicht rübergegleitet Da, oder? Wie mach ich das denn jetzt? Nein, nein Alter, ich hab überhaupt Kein Plan, wie ich den da vorne kaputt machen kann Überhaupt nicht Den da oben Ich weiß nicht, wie ich da rüberkomme Da ist ein bisschen schlecht gerade, muss ich sagen Also Ey, jetzt ohne Scheiße Ich hab keinen Plan Ich komm da nicht hin Ich weiß nicht wie Ja, das gibt's ja nicht Was soll das denn hier Nein, stopp, falsche Richtung Ja, nütz nix Der zeigt mir die ganze Zeit hier unten an Der zeigt mir ja die Pflanzen Aber ich kann die ja nicht kaputt machen Solange die da oben ja noch ist Ich hab keinem Plan Ja, tut mir leid Ja, ich kann mich auch nirgendwo festhalten, nix Hier rein kann ich auch nicht Tja Sagt mir, was ich machen soll Ich weiß es nicht Wir waren nicht ehrlich Ja, das ist ne doofe Folge Jetzt würde ich sagen Ja, ich komm nie weiter Ganz offen und ehrlich Und ja, die Frage ist an euch gerichtet Wenn ihr das schon gemacht habt Dann, ähm, ja Sagt mir bitte, wie ich dort hochkomme Weil ich glaube, ich bin zu doof dafür Ich komm, ich komm da nicht hoch Ich komm ja auch nicht da ganz hoch Und dann kann ich da rüber gleiten Das, 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 das geht ja nicht Tja Doof gelaufen, würde ich sagen Ne, ganz einfach Was soll ich machen Ja Freunde, schreibt es mir bitte in die Kommentare Tut mir leid, dass ich euch nicht mehr zeigen konnte Aber Was soll ich machen, ne Manchmal Ja, hier auch, genauso Ich Kann nix machen, was soll ich machen, Freunde Ja, gut Alles klar Dann, ähm Ja, schreibt mir das bitte Und danke fürs Einschalten Dann bis zum nächsten Mal H Box Ich probier's Dann zwar Ich probier's Und ich probier's Ja, ich probier's Deine Untertitelung des ZDF, 2020